Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von Multipla Garage. Dieses Fahrzeug habt ihr bereits schon auf unserem Kanal gesehen. Im letzten Video haben wir das Fahrzeug ja abgeholt und denke ich mal heute machen wir die klassische Fahrzeugvorstellung. Nicht wundern, der Außenspiegel ist in dem Video immer noch ab, weil die Videos, die ihr jetzt in den letzten Wochen gesehen habt und auch noch nächste Woche sehen werdet, gerade mal innerhalb von 2-3 Tagen auseinander liegen, also gedreht wurden. Ja, wir fangen an. Es ist ein 115 JTD ELX. Es ist leider kein Ravenna. Ich habe noch sogar die Original Bestellliste dazu bekommen. Der hat damals, also ich glaube die war nicht komplett, 14.000 Euro gekostet, aber ich meine, der war irgendwie um die 19.000 Euro, die Autos. Auch mal eine seltene Farbe. Rosso, Schilder. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher Farbcode, den schauen wir uns selbstverständlich nochmal an. Anhängerkupplung haben wir auch. Und ihr seht schon, für das, dass der Wagen 350 Euro gekostet hat und weit über 300.000 Kilometer runter hat, ist der Lack im einigermaßen guten Zustand natürlich klassisch verdreckt, so wie es natürlich auch im Winter normal ist. Aber wir haben keine Kratzer und keine Dellen. Das wundert mich sehr. Und ich muss schon sagen, das ist eigentlich die Traumfarbe, die ich immer haben wollte. Dieses typische Orange, was ich immer gesagt habe. Okay, hier hinten an der Tür haben wir dann doch eine kleine Schramme. Hier ist wohl irgendwas mal lang geschliffen und hat dann die Heckschoßstange noch mit so ein bisschen abgerissen. Warum die Motorhaube schwarz ist, kann ich euch nicht sagen, ob der vielleicht mal einen Unfall hatte. Aber glaube ich eher nicht. Ich denke mal, die wurde aus optischen Gründen da drauf gesetzt. Oder diese klassische Delle, die man halt vorne ab und zu mal in der Motorhaube bei dem Multiplast sieht. Die wurde wahrscheinlich da, in dieser schwarzen Haube, ersetzt. Beziehungsweise repariert. Des Weiteren fällt dem geschulten Auge auf. Wir haben hier die Schiebelächer drin. Wir werfen einen Blick in das Innere des Fahrzeuges. Aktuell noch sehr unaufgeräumt. Die Sitze sind noch umgeklappt. Ich habe hier, ach da ist die Kurbel von dem Wagenheber, der da hinten ist. Ich habe mich schon gewundert, wo die ist. Kofferraum machen wir nicht auf, da geht natürlich nicht so richtig. Also Farbkorb kann ich euch da nicht sagen. Rostoschila heißt die Farbe. Ein Hundeauto auch, wie man sieht. Da hinten ist nochmal eine Abbildung des Hundes, der hier wahrscheinlich vorher drin war. Eine Hutablage kann man da oben auch noch reinmachen. Und die Filzausstattung haben wir im Kofferraum. Des Weiteren werfen wir auch mal einen Blick auf die Tische, welcher auch noch im, also der hier in gutem Zustand ist. Und hier ist er leicht angebrochen. Ja, hier das will ich gar nicht anfassen. Und das hier habe ich schon angefasst. Das ist übel klebrig, sonst hätte ich schon als Tisch nach vorne geklappt. Aber das hat keinen Zweck. Schiebelächer gehen beide voll funktionsfähig. Funktionsfähig, echt wild. Und sogar dieser, iiih, was ist das denn hier? Hier hängt ein Haar runter. Sogar dieses Rollo ist sogar wirklich ein Top-Zustand. Bei mal anderen mit Schiebedächern ist das ja schon so ganz leicht. Aber man hängt runter und angeranzt. Obwohl das Auto auch im Allgemeinen so leicht angeranzt ist. Aber für 350 Euro, ein JTD, voll funktionsfähig, kann man sich normalerweise eher weniger beschweren. Des Weiteren elektrische Fensterheber an allen vier Türen. Und die typische, was heißt typisch? Typisch ist die gar nicht. Diese Brombeerfarbe noch mal auf dem Armaturenbrett zu sehen. Leider nicht das vollständige Rot. Aber ich finde das auch, ehrlich gesagt, ganz elegant. Ja, dann werfen wir wieder diesen typischen Blick hier hin. Ihr seht erstmal wieder, sieht leicht verranzt aus. Ist es auch, obwohl es eigentlich gar nicht so unbedingt klebt. Es ist halt einfach nur so ein bisschen, ja, nicht schön anzusehen. Am Schalthebel war 100% mal so ein Lederbezug noch drauf, der dann abgegangen ist, wie bei den meisten. Weil nach 300.000 sieht ein Schalthebel nicht so aus. Und jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, na gut, vielleicht wurde er ja mal ausgetauscht. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn der Rest dann so aussieht, ehrlich gesagt. Des Weiteren haben wir auch hier das Lederlenkrad. Mit Multifunktion, was wir eigentlich nur im Facelift hatten. Vermutlich gab es die im letzten Modell dann nochmal so drin. Also eine extra Ausstattung hier. Auch mit dem Originalradio verbunden. Weil das hier schon leicht angemalt wurde. Wahrscheinlich mal Kinder drin gesessen. Oh, das wurde abgekratzt. Ja, was ich eher denke. Ja, es wurde abgekratzt. Okay, das wusste ich nicht, dass man das machen kann. Dass das so drunter schwarz ist, wusste ich nicht. Aschenbecher nach 300.000 hält er noch. Ne, hier ist was drin, aber er hält natürlich nicht mehr. Ist natürlich auch verständlich. Tacho geht nicht. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, wie viele Kilometer genau runter hat. Also 304 sagt das Tacho an. Ich schätze mal, wird 330 oder so schon runter haben. Und hier drüben sehen wir auch leichte Verschleißerscheinungen an den Türgriffen. Wo man halt mit Fingernägel nochmal gekratzt hat. Aber der Rest muss ich sagen, ist für 300.000 ordentlich noch in gutem Zustand. Ja, hier drüben haben wir noch eine Webasto Zusatzheizung drin. Die kann ich aber leider nicht bedienen. Und die macht auch keinerlei Geräusche. Das bedeutet, die wird vermutlich zu 90 Prozent, wird die nicht gehen. Das ist hier eine Freisprecheinrichtung. Kann ich auch nicht bedienen, weil ich nicht weiß, wie das Radio angeschlossen wird. Und ob hier ein Lautsprecher drin ist, ich weiß es nicht. Sieht in jeden Fall sehr ranzig aus. Hier oben ist das Mikrofon. Kann ich euch nicht sagen, wie man das bedient. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Ja, und die Klimaautomatik habe ich ja glaube ich auch schon vorher erwähnt. Auch sehr selten, kann man sagen. Und die hätte, ich glaube, 1400 Euro Aufpreis gekostet, könnte ich mal eine Bestellliste entnehmen. Im Video nächste Woche werdet ihr übrigens eine Bestandsaufnahme sehen, die wir schon vor diesem Video gedreht haben. Und zwar kann ich euch sagen, es ist ein bisschen was zu tun. Aber ich habe jetzt, also zu dem Zeitpunkt hier, ist die Hinterachse schon mit Vertan behandelt. Und der Auspuff ist schon fixiert. Also soweit verkehrssicher. Vorne rechts der Reifen ist ein bisschen abgefahren, aber lassen wir das. Wir machen eine Bestandsaufnahme im nächsten Video. Wir haben da schon ein bisschen am Motor rumgewerkelt. Darum liegt auch die Abdeckung noch im Kofferraum, weil es funktioniert immer noch nicht so ganz. Also hat ein paar kleine technische Schwierigkeiten. Ist natürlich auch klar. So, dann wünsche ich euch einen schönen restlichen Sonntag. Und bis zum nächsten Mal bei Multipla Garage. Tschüss.